Du hast immer wieder Schmerzen im Gesäß und hast auch Ausstrahlungen vielleicht in die Beine oder in den unteren Rücken. Hierzu gibt es unzählige Meinungen und Filme im Netz. Ich möchte mit dem Film ja hoffentlich ein bisschen Klarheit schaffen und vor allen Dingen aufklären, dass das Problem halt einfach nicht so einfach ist, dass es verschiedene Ursachen geben kann und möchte zwei verschiedene Lösungsstrategien, also in Form auch von zwei verschiedenen Trainingspläten anbieten, die das Problem lösen. Viel Spaß! Liebe Freunde der Gesundheit, schließ dich uns an, wenn du dein Leben fit und schmerzfrei genießen möchtest. Hier erfährst du praxisnahes Wissen von Experten. Mein Name ist Ringo Mosch, ich bin Experte für neurofunktionelles Training und beschäftige mich ja sehr, sehr viel mit der Komplexität des Gehens, Stehens und dann häufig auch den damit verbundenen Problemen wie die Verspannungen im Becken und vor allen Dingen vom Gesäß. Deshalb ist es heute mein Ziel, da etwas Klarheit reinzubringen. Ich möchte vorwegnehmen, dass das Ganze ja auch einen medizinischen Aspekt haben kann. Das heißt, das gilt es auch immer abzuklären, dass es nicht eventuell ein Bandscheibenvorfall ist oder eine Stenose in der Wirbelsäule, weil wenn die auf die Nerven drücken, dann gibt es auch diese Ausstrahlungen und dazu muss erstmal wirklich medizinisch Klarheit geschaffen werden. Gut, und jetzt geht es mir vor allen Dingen erstmal darum, im ersten Teil euch zu erklären, kurz am Skelett, wie können denn die Probleme eigentlich entstehen und welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es und im zweiten Teil möchte ich zwei Lösungsstrategien darbieten. Ihr könnt auch dann direkt da hinspringen, wenn euer Problem euch dann klar ist, um dem Ganzen wirklich auf den Grund zu gehen. Genau, lasst uns loslegen. Perfekt, bevor wir jetzt in das Erklärmodell gehen, würde ich euch erstmal ein Assessment zeigen, das für euch erstmal so ein bisschen klar wird, welcher Typ seid ihr eigentlich. Und ja, das Wichtigste ist erstmal euer Gangbild. Also ich empfehle euch insgesamt, euch dabei auch selbst zu filmen oder auch mit dem Handy einfach mal filmen zu lassen. Also guckt euch mal wirklich euer Gangbild an, lasst euch mal filmen von vorn und von hinten und schaut erstmal, seid ihr eher so der außen rotierte Typ, dass die Füße eher nach außen zeigen und man schlendert die Beine im Prinzip so nach vorn weg oder sind die Füße vielleicht ein bisschen innen rotiert oder ist ein Fuß innen rotiert und einer außen rotiert. Das ist erstmal ganz entscheidend. Und kippen die Knie eher nach innen oder sind sie neutral oder habt ihr eine Ohrbeinachse. Genau, das filmt ihr mal und dann macht ihr auch einfach mal diesen Test. Ihr beginnt einfach auf der Stelle zu springen und macht dann mal die Augen zu und springt eine Weile auf der Stelle, macht euch ganz locker und macht die Augen dann wieder auf, bleibt stehen und guckt dann nach unten auf eure Füße. Wenn die jetzt so stehen wie bei mir, sieht es ganz gut aus. Das heißt, die zeigen eigentlich beide relativ gerade nach vorn. Eine leichte Außenrotation von 5, 6, 7 Grad maximal ist auch okay, aber das sollte halt nicht mehr sein. Häufig ist es halt jetzt erstmal so, dass ein Fuß irgendwo hinweg wandert. Dann wisst ihr schon mal, auf der Seite ist wahrscheinlich mehr Potenzial. Und ein ganz cooler Test, das ist noch der sogenannte Großzehntest, den wir sehr viel durchführen, weil eure große Zehe, eure Großzehballen vom Fuß, der hat eine ganz, ganz wichtige Funktion, der greift so in den Boden. Und je nachdem, wie viel ihr Kraft in der großen Zehe habt, umso mehr stabilisiert sich der Fuß, das Sprunggelenk, dann weiterlaufend das Kniegelenk bis hoch zur Hüfte. Ich zeige das jetzt mal kurz symbolisch einfach mit zwei Stiften. Das heißt, ihr nehmt euch dann nicht die Stifte, sondern am besten Fall einen Freund, einen Partner her und der legt die Finger wirklich unter die große Zehe. Marc macht da hier eine Nahaufnahme. Und ihr drückt dann kräftig mit eurer großen Zehe auf den Finger. Dahingehend merkt der Partner dann, wo könnt ihr mehr Druck aufbauen. Und die Seite, wo der Druck fehlt, ist halt auch häufig die schlechtere. Und daraus fehlt dann auch die Stabilisierung im Prinzip nach oben ins Becken. Gut, wenn wir das jetzt weiter im Prinzip verfolgen und erklären, also wie funktioniert im Prinzip überhaupt Gehen? Ich nehme hier mal den Fuß ein bisschen nach oben an dem Modell und der Vorfuß und vor allen Dingen der große Zehe und der Großzehballen, der dreht im Prinzip in den Boden. Also der Vorfuß dreht erst mal nach innen. Wir haben hier so eine leichte Acht im Fuß, also der drückt so rein. Und dann kippt euer Sprunggelenk, das ist erst mal ganz natürlich, wieder leicht nach außen. Das Schienbein dreht wieder leicht nach innen, der Oberschenkel wieder leicht nach außen und die Wirbelsäule ist eine sogenannte Doppelspirale. Da auch vielen Dank an die Jungs von der Spiraldynamik, von denen kommt es. Und das Modell ist wirklich sehr, sehr genial, weil das ist auch nach unserer Meinung nach ja wirklich das Modell, wie sich der Mensch stabilisiert und aufbaut. Und halt auch evolutionär gesehen im Grund, warum wir als Menschen so lange Distanzen laufen können, weil wir eine Art rotierendes, spiraldynamisches System sind und dadurch unglaublich viel Energie entwickeln können. Und da drin, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil die Spirale ist relativ komplex. Und wenn halt irgendwo in einem Gelenk, in einer Etage, diese Spirale nicht mehr richtig funktioniert und die Transvasalebene, also die rotierende Ebene blockiert ist, dann entstehen häufig Schmerzen und Probleme im menschlichen Körper. Gut, perfekt. So, was müssen wir jetzt tun, um dem Ganzen im Prinzip gegenzuwirken? Da gehen wir jetzt im praktischen Teil hin und ich zeige da jetzt mal Übungen einmal auf für eher die außen rotierte Position, dass wir die wieder korrigieren und einmal auch eher die X-Beinachse, die innen rotierte Position. Lasst uns loslegen. Gut, lasst uns beginnen mit dem Trainingsplan für diese außen rotierte Position. Die Folge davon ist ja, dass man meistens dann so läuft und gar nicht mehr das Bein sauber nach hinten aktivieren kann. Das heißt, die Beinrückseite ist häufig inhibiert und gehemmt, auch die Gesäßmuskulatur, auch die Hüftbeuger sind dann häufig zu schwach und die Beininnenseite. Deshalb starten wir einfach mal mit, jetzt in dem Fall dem Yoga-Klotz zwischen die Beine, ihr könnt auch ein dickes Kissen oder irgendwas nehmen und drückt das kräftig zusammen, also wirklich richtig mit Schmack ist, zusammendrücken, greift dann ins Becken und beginnt jetzt, die Beckenschaufeln im Wechsel nach oben zu ziehen. Das dient erstmal dazu, das Gangbild so ein bisschen wieder zu synchronisieren und die richtige Verkettung der Muskulatur zu aktivieren. Auch hier können wir unterstützend den Kopf nach links und rechts kippen, weil die Beckenschaufeln und die Halswirbelsäule sogenannte Partnergelenke sind. Habt ihr schon öfters gehört bei uns auf dem Kanal. Und da geht es erstmal darum, wirklich vom Fuß bis hoch zur Halswirbelsäule alle Knochen wieder zu sortieren. Und dann einfach nochmal stehen bleiben und nochmal kräftig drücken, das Becken aufrichten, also ein bisschen hochziehen, dass hier die schräge Bauchmuskulatur aktiv ist. Nochmal halten und dabei auch richtig Druck auf eure große Fußzehe geben. Drückt rein mit ihr und dann lösen. Gut, für die nächsten zwei Übungen gehen wir nach unten auf den Boden. Was wir da auch noch brauchen ist, ja, was ihr zwischen die Beine einklemmen könnt und irgendein Gummiband, ein Teraband, ein Tube, irgendwas braucht ihr auch noch mit dazu, was ihr irgendwo festmacht. Also lasst uns nach unten gehen. Gut, die nächste Übung ist eine sogenannte Schulterbrücke, aber mit ein paar Features, also Schulterbrücke spezial. Ihr braucht was, was ihr zwischen die Beine klemmt und einen Zugpunkt von der Seite. Gut, ich erkläre euch den Rest, wenn wir loslegen. Also klemmt erst mal den Klotz zwischen den Beinen ein, geht nicht zu nah ans Gesäß, sondern eher ein bisschen offenen Winkel, so habt ihr mehr die Beinrückseite mit drin. Und dann zieht das Band, vor allen Dingen in dem Augenblick mit dem äußeren Arm, also bei mir jetzt der linke, wirklich genau über euch und greift mit der anderen Hand noch rein und legt die Hände erst mal aufs Brustbein. Gut, und dann hebt das Gesäß an, streckt das Becken, drückt den Klotz zusammen und bewegt die Arme nach oben. Und dann langsam wieder nach unten gehen. Also wir kombinieren eine Schulterbrücke mit einer sogenannten Pull-off-Press, was in dem Augenblick gleichzeitig die Beinrückseite trainiert, das Zusammendrücken der Beine, die Addukturen und durch diese Pull-off-Press die schräge Bauchmuskulatur. Und genau das braucht ihr, um die Muskeln zu trainieren, die das außen rotierte Gangbild wieder in die Gegenrichtung korrigieren. Genau, also das machen wir noch so fünf, sechs Mal. Und ihr könnt natürlich für euch dann auch eure eigene Intensität rausfinden und das so lange machen, bis ihr an den Ermüdungsgrad kommt. So, nochmal halten, kräftig drücken, den Klotz voll zusammendrücken, Fersen zum Gesäß ranziehen und wieder lösen. Gut, das Ganze macht ihr natürlich auf beiden Seiten. Also dann umdrehen, das sprengt jetzt, denke ich, etwas die Länge vom Film. Ich möchte euch lieber noch die weiteren Übungen zeigen. Gut, als nächstes kommt noch eine Übung und das ist eine wirklich geniale Übung für den Hüftbeuger dran. Und hier brauche ich jetzt noch, ja, so einen Ball für diese Übung und gehe jetzt mit dem Fuß hier in den Tube rein und lege den Ball, mein Bein oben auf den Ball. Entscheidend ist, dass man das Gesäß möglichst entspannt, währenddem man den Hüftbeuger trainiert. Und das ist ein genialer Trick, wenn ihr das Bein hier oben drauflegt und mit dem Knie rein drückt und mit dem Knie rein drückt in den Ball, entsteht eine sogenannte Rezipro-Gehemmung, also übersetzt, es hemmt sich gegenseitig. Das Gesäß ist dann locker und der Hüftbeuger wird aktiv. Also drückt erst mal rein und bewegt mal euer Knie und euer Bein so ein bisschen innen- und außenrotation. Also wenn ihr nicht so einen Ball habt, ihr könnt auch in Fußball oder irgendeinen Ball nehmen, wo ihr das Bein drauflegen könnt. Und dann bleibt in der Position, haltet den Druck und zieht das Knie nach oben und wieder nach unten. Wichtig ist der Hüftbeuger. Wird richtig aktiv ab über 90 Grad. Also es schadet jetzt nicht, wenn ihr von weiter unten kommt, aber geht vor allen Dingen so hoch ihr könnt mit dem Knie und haltet dabei den Druck mit dem Knie aufrecht auf den Ball. Und das ist eine sehr effiziente Übung und gerade über den Hüftbeuger wird ja auch insgesamt viel diskutiert. Bei den meisten Menschen ist der vor allen Dingen erst mal eher zu schwach und sollte halt auch gekräftigt werden. Gut, jetzt zieht er bei mir langsam, jetzt noch mal halten, noch mal so kleine Bewegungen am Ende und Pause. Und die Übung macht ihr natürlich genauso auch auf beiden Seiten und den ganzen Trainingsplan, der für das außenrotierte Bild das dient. Und das Ziel davon ist es vor allen Dingen halt diese Korrektur der Beinachsen und dadurch die ganze Haltung zu korrigieren. Gut, jetzt kommen wir als nächstes zu dem Trainingsplan für eher das innen rotierte Bild und zur Korrektur der X-Beine und der Gesäßspannung. Gut, wir sind wieder angekommen in den Stand. Also jetzt geht es eher um die sogenannte X-Beinachse. Hier sind vor allen Dingen häufig die Gesäßmuskeln, vor allen Dingen die seitlichen, also der Gluteus, Meteus und Minimus inhibiert und auch die Beinrückseite. Deshalb entspannen wir das ganze System am Anfang erst mal mit so einem sogenannten Topo-Stretch in seitlichen. Das heißt, ihr geht mit dem Bein jetzt seitlich so etwas überkreuz. Ich denke, das sieht man ganz gut. und drückt jetzt den Fuß in die Matte und schiebt ja die Fersen zum Boden nach unten und richtet euch dann auf und ich ziehe mit dem Bein, jetzt blenden da auch einen Pfeil ein, also ich ziehe im Boden jetzt weg von der Kamera in diese Richtung und neige mich jetzt hier noch so ein bisschen zur Seite. Wenn das zu wackelig sein sollte, könnt ihr euch gerne auch irgendwo ein bisschen festhalten. Die ist wirklich magisch, weil die entspannt über die, ja das ist eine Dekompression im Sprunggelenk, wo häufig die Nerven komprimiert werden und das Weiterlaufen bis nach oben das Becken im Prinzip verspannt und auch häufig diese Ausstrahlung ins Gesäß macht. Deshalb geht es die ganze Verkettung nach oben und das haltet ihr eine Weile. Ich zeige es nochmal umgedreht, da hatten wir mal beide Seiten drin und hier reindrücken, Fersen nach unten und auch hier so ein bisschen in die Gegenrichtung gehen und wieder lösen. Gut, was man dann auch noch hat, ist durch diese X-Beinachse tut das Fußgewölbe sich häufig abflachen und man hat eher so einen platten Fuß. Deshalb brauchen wir jetzt auch erstmal wieder einen aktiven Fuß und hierzu machen wir die sogenannte Raupe. Ich mache mal meine Hose ein bisschen hoch, dann sieht man das besser. Also, ihr tut die Fußzehen richtig auseinanderziehen und beginnt euch dann im Boden nach vorn zu ziehen mit den Füßen. Ich hoffe, dass man das gut sieht. Also, ihr zieht euch so voran. Wir machen auch eine Nahaufnahme. Wichtig ist, nicht cheating, also nicht schummeln. Das Becken bleibt stabil und ihr zieht euch wirklich im Boden mit den Fußzehen voran. Sollte das zu schwer sein, also ich habe jetzt keine Socken an, das ist wirklich schwer, gerne auch erstmal mit Socken. Die rutschen dann einfach ein bisschen besser. Das kann man immer wieder einbauen, dass ihr einfach Fußgewölbe aufbaut. Gut, die nächste Übung ist jetzt einfach, ja, aktiv stehen im Boden. Das bedeutet, ihr nehmt jetzt mal das Gewicht auf das linke Bein, das rechte winkelt ihr einfach so ein bisschen an, das steht ganz leicht auf und aktiviert mal richtig das Bein und die Hüfte in den Boden. Das heißt, als erstes drückt den großen Zeh rein in den Boden und dann streckt die Hüfte und bleibt wirklich aufrecht stehen und versucht, alles im Prinzip zu aktivieren, auch die Wirbelsäule lang zu machen und das ganze Gewicht ist jetzt da. Man kann den Fuß auch leicht erhöht irgendwo draufstellen, dass es auch in Ordnung wichtig ist, dass hier kein Gewicht ist und der Fuß hier richtig reingreift. Ich baue es nochmal auf der anderen Seite auf. Also, den Fuß rein aktivieren, die große Zehe drückt rein, die Hüfte strecken und einfach aktiv die Gelenke alle übereinander sortieren und die Position halten. Das sind einfache Übungen, die kann man auch super gut immer wieder in den Alltag integrieren. Perfekt. Gut, und als letztes machen wir auch hier nochmal die sogenannte Schulterbrücke mit der Palauf-Bress. Dazu gehen wir nochmal nach unten auf den Boden. Gut, und jetzt machen wir hier auch nochmal die Schulterbrücke, aber mit dem Unterschied von haben wir den Klotz zusammengedrückt. Jetzt braucht ihr so ein Gummiband. Wenn ihr so ein Miniband nicht habt, könnt ihr auch einfach ein Terraband nehmen und einen Knoten reinmachen und macht das um die Knie. Und wir stellen uns wieder auf, ziehen das Band wieder über die Mitte eurer Wirbelsäule, setzen das auf, drückt die Füße wieder kräftig in den Boden, streckt das Becken und zieht bewusst das Band etwas nach außen und gleichzeitig die Arme strecken und dann wieder nach unten gehen. Und das Ganze wiederholen wir jetzt auch so ungefähr 15 Mal. Die Übung wird noch effektiver, wenn ihr bewusst die große Zehe auch hier in den Boden drückt und gleichzeitig die Fersen zum Gesäß heranzieht. Und auch hier weiter das Band schön nach außen arbeiten. Die letzten fünf. Vier. Und eine noch mal hochkommen, noch mal halten, hier noch mal kleine Bewegungen. Und ab. Wow, das brennt ganz schön im Gesäß. Ja, ich hoffe, dass der Film ein bisschen Klarheit bringt und euch eine Lösung für eure Schmerzen im Gesäß. Wenn ihr noch mehr machen wollt, um die ganze Körperstatik zu korrigieren, empfehle ich auch hier wirklich unseren neuen Pilates-Kanal mit Jenny, weil Pilates wirklich an der Gesamtstatik perfekt arbeitet. Wie immer, wenn euch der Film gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch, teilt den Film, ja, und dann viel Spaß beim Umsetzen. Euer Rink. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.